Untertitelung des ZDF, 2020 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 Woop woop! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und nun, nach den etwas leichteren Themen, möchte ich zu einem etwas schwereren kommen, was einer gewissen Einleitung bedarf, bedurft, benötigt. Auch heute wieder mussten leider unzählige Menschen ihr Leben lassen, in Konflikten und Kriegen, in denen sie nicht sein wollten und die auch nicht sein müssten. Im Namen all jener, die ihr Leben gelassen haben, während bei uns scheinbar alles wie beim Alten blieb, steht auf, werdet laut, wehrt euch. Denn, es gibt da nur noch eine Sache zu sagen, und das ist keine Grenzen, keine Angst, Friede sei mit uns. Als nächstes möchten wir eine dystopische Welt zeichnen, die leider viel zu oft Realität ist und gleichzeitig eine Utopie aufzeigen, die wir noch nie erleben durften, aber die wir alle gerne sehen würden. Vielen Dank. Ich rufe eine Warnung Ich rufe eine Warnung Flieh! Ich rufe eine Warnung 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 Keine Grenzen Keine Hass Keine Angst Grünes Gras Ich rufe eine Warnung 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 Musik Musik Das Land, in das ich gehe, gibt es noch nicht. Das Land, in das ich gehe, wird zu unserer Pflicht. Das Land, in das ich gehe, wird zu der ganzen Welt. Weil dort, wohin ich gehe, Frieden anzukälen. Musik Naja, nächster Song ist genau wie wir. Das Land, in das ich gehe, in das ich gehe. Das Land, in das ich gehe, in das ich gehe. Das Land, in das ich gehe, in das ich gehe, in das ich gehe. Musik Schnellweißchen und Rosenrot gingen in den Wald. Damals fitzer und doch bitterkalt. Da sahen sie einen Zwerg, der machte ganz schön terp. Schnellweißchen traf Rosenrot und Rosenrot ins Zwerg. Es war einmal ein Wolf und sieben junge Geißlein. Ob sie zu betrügen, meint er, was ich weiß, sondern ich macht das mit den Wolf und die Greißlein, den Jäger. So, Leute, saufen können wir später. Musik Und was soll ich das sagen soll, ich weiß es nicht genau. Lest mehr, lernt mehr und macht euch schlau. Denn ohne Wissen keine Intelligenz. Oder wisst ihr, was man macht, wenn du brennst? Oh nein, löst ihren Rekord kombinieren und dann reagieren. Musik Musik guitar solo guitar solo Ohne Wissen, keine Inchalenz Oder wisst ihr, was man macht, wenn die Höhen brennt? Analysieren, rekombinieren und dann reagieren! Revolution, Evolution Ausgesprochen gefährliche Gefahrensituation Eduquenter Luftikus und ne Schnapsidee Coitus, Abstrusus und Polatensbridee Desoxyribonuclein, Säuremlücklerstruktur Oder Salzsäule bei der Freikörperkultur Sprichst du die vokale Lingua und bist voller Intellenz Oder fehlt dir die Kompetenz, Kompensation, Kompetenz? Was soll ich das an? Soll ich weiß es nicht genau! Seht mehr, hört mehr und macht euch schlau! Ohne Wissen, kein Intellekt! Oder wisst ihr, was man macht, wenn die Höhen brennt? Ohne Wissen, rekombinieren und dann reagieren! Und was soll ich das sagen soll? Ich weiß es nicht genau! Seht mehr, lernt mehr und macht euch schlau! Der nächste Song heißt Kühlschrank Polka So, so Ja, ja Ich sitze zu Hause und habe Hunger Während ich auf den See-Raum-Logal Ich stehe auf und sehe in den Kühlschrank Und der Anblick, der macht mich klar Er ist leer, er ist leer, aber ich will mehr Er ist leer, er ist leer, aber ich brauch mehr Dosen, Futter und Ravioli Schweinegrippe und E.coli Seit Wochen nur noch Tiefkühlpitzen Vielleicht finde ich ja noch was in den Superritzen Ich kenn' niemanden Gutes auf der Welt Außer den einzig wachen Lieferheld Euer Christian in Kühlschrank Musik 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 Ein Song namens Zong vom berühmten Album Zong von der Band Zong Leichtes Cover, let's go Musik 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 Ich hab heute Morgen erst einmal mein Auto gesprengt und dann direkt nach dem Frühstück mein Fernseher hängt Ich hab heute Morgen erst einmal mein Auto gesprengt und dann direkt nach dem Frühstück mein Fernseher hängt Ich hab heute Morgen was gesprengt und direkt danach jemanden hängt Ich hab heute Morgen erst einmal mein Auto gesprengt und dann direkt nach dem Frühstück mein Fernseher hängt Ich hab aufgehört zu chillen Musik Gestoppt seit zu killen Musik Musik Und danach beim Grillen Musik Begonnen meinen Weg Musik Völlig frei zu krieren Und ich werd daran nicht krippiert Völlig frei zu krieren Und ich werd daran nicht zu krieren Musik 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 Ich bin völlig, völlig, völlig frei Ich bin völlig, völlig, völlig frei Ich bin, völlig, völlig frei mich zu krieren Und gerade dabei mich zu generieren Ich kann Sachen machen, Lachen und gar nicht viel tun Ich bin so völlig frei Ich bin völlig, 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 völlig frei Zeit's okay und danach beim Greh'n begann mein'n Weh'n. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallihallo, ich bin wieder da. Ja, wir haben uns hier auch nicht nur versammelt, um coole Musik zu hören und ein bisschen uns an die aktuellen Situationen Gedanken zu machen. Es gibt nämlich auch eine Sache, über die haben wir uns die letzten zwei Jahre sehr viele Gedanken gemacht. Und zwar haben wir ein Album aufgenommen. Ja, ja, cool, hey, die Begeisterung, Leute. Und es ist letzten Freitag rausgekommen auf Bandcamp, auf Spotify, auf Soundcloud. Also, ach, wir haben einfach alles angeklickt, ist überall. Wir haben auch Musikvideos, man findet uns auf Duröre, YouTube. Ist eingeblendet. Oh ja, stimmt, wir haben so ein geiles Overlay. Dann findet ihr irgendwo, ja, um mich herum, findet ihr bestimmt alle wichtigen Infos. Ja, wollten wir nochmal eine kleine Ansage machen. Wir sind Phenotyp und wir spielen jetzt unseren letzten Song. Ach so, ja, genau. Übrigens, vielen Dank hier, Berg 9. Creep on Rockin, coole Sache. Geiler Sound auch, geiler Support, gute Versorgung. Und Punkt Berlin? Punkt Berlin spielt nach uns, also bleibt dran, seid gespannt. Und, ja, stoppt mich bitte. Als Donnerstagabend Wir werden nicht rauchen Weil wir noch ein paar Lieder brauchen Es ist tatsächlich Freitagabend Und es sieht nicht gut aus Ich glaube, wir denken uns zum Loser Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal Das werden wir spielen Und dazu noch gut klingen Ich hoffe, ihr habt alle ganz viel Spaß Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal Musik Es ist Freitagabend Wir werden nicht rauchen Weil wir noch ein paar Lieder brauchen Es ist Freitagabend Und es sieht nicht gut aus Ich glaube, wir denken uns zum Loser Jetzt sieht der Blues gut aus Ja, der Blues sieht gut aus Ja, der Blues sieht gut aus Auf geht's und weg neu Dann werden wir spielen Und es tut auch gut klingen Ja, der Blues sieht gut aus Ja, der Blues sieht gut aus Ja, der Blues sieht gut aus Das war's für heute. Das war's für heute.